Jo Leute und damit Willkommen zurück zu einer weiteren Runde der Zells. Beim letzten Mal sind wir durch so ein komisches Portal, wo wir eigentlich hätten wieder rausgehen können, aber haben wir nicht gemacht. Weil wir das einfach mal gucken wollten. Aber das ist ja richtig gemein. Naja. Gegner? Nö. Hier aber. Vergiss es. Autsch. Hi. Ich schaff das immer gleich Schaden zu kriegen. Tschüss. Immer gleich zu anfangen. Autsch. Verreck. Okay. Hi. Okay, süß. So. Hi. Da haben wir das Ding wieder. Nehmen wir erst mal das. Keine Ahnung, wo mal ein anderer Bildschirm zwischen euch ausgeht. Echt nervig. Bam. Zack. Bam. Bam. Tschüss. Du willst auch noch mal sterben. Zack. Was haben wir denn da? Oh, Hähnchenkeule. Alles klar. Meine Gesundheit ist wieder aufgefüllt. Bam. Bam. Hi. Autsch. Mann. Nein. Sterb du erst mal. Du nährst nämlich. Ist der nervig, der Typ. Die Waffe ist zu langsam dafür. Ja. Sterb. Hi. Wie viel Gold wir hier gerade kriegen. Oh ja. Ich geh'n beim Melken. Bulank. Hi. Oh. Danke. Nehmen wir das mal mit. Was ist das eigentlich? Wurfmeister. Ach ja. Kieriger Schild. Absolvent 75% Schaden. Minus Blur. Geblockte Angriffe verlangen den Gegner 10 aus. Ein pro Gegner verwandte Pfeile in Gold. Angriffe, die direkt nach einer Parade erfolgen, verursachten 300% Schaden. Okay. Hm. Keine Ahnung, ob das so gut war. Schauen wir einfach mal. Okay. Guck mal. Gold. Dann. Dann mal so. Bisschen mehr Leben. Okay. Geheimer Bereich. Hier Tunnel wird auf eher leidenhafte Weise gegraben. Wird nicht sonderlich stabil. Aha. Er wirkt nicht sonderlich stabil. Das Loch in der Wand ist extrem klein. Außer vielleicht für ein Kind. Kommst du da nicht durch? Hm. Hm. Wirkwürdige Sachen. Naja. So. Ups. So weit. Ist nichts weiter. Alles klar. Äh. Hui. Hui. Hallo. Hallo. Aha. Komm nach oben. Oh. So. Wenn wir da. Geh mal rüber da. Los. Guck mal. He. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Hm. Wollte das dann erstmal noch mitnehmen. Benutzen. Alles klar. Autsch. Hallo. Geht das? Und die Goldszene. Wow. Wow. Komm her. Aua fuck. Ja. Das sollte man nicht machen, wenn so ein komischer Werfer dabei ist. Aber ich geh mal kurz hoch. Ja. Das Spiel ist komisch. Oder ich bin einfach nur wieder zu blöd dazu. Die Waffen sind komisch. Stimmt ja. So gut waren die eigentlich gar nicht. Mann. Ah. Heller mit. Oder vielleicht sollte ich die Waffen dann mal verstärken. Vielleicht. Okay. Da komme ich nicht ran. Okay. Was haben wir hier denn? Aha. Was schlag. Ähm. Kamenamia. Oh. Bist du eingefroren? Hallo. Oh. Oh. Also das ist. Bei dem nicht. Musst du trotzdem von hinten machen. Wofür? Wofür? Hey. Manche Gänge verstehe ich nicht. Manche Gänge verstehe ich echt nicht. Naja gut. Äh. Was haben wir denn hier? Oh. Guck mal. Bist schon eine Weile tot. Sehr schön. Promenade der Verdammten. Da waren wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Hi. Äh. Sieben Stöcke für dich. Du. Nicht immer das nehmen. Haben wir das. Danke. Das Ding ist wieder voll. Okay. Ja. Ups. Hallo. Na dann nicht. Hey. Vielleicht dann da hochkommen. Aha. Vielleicht so. Oder auch nicht. Aha. Das geht auch. Äh. Ich habe keine Ahnung, wie ich da gerade hochkommen soll. Hm? Aha. Was zu essen. Kann ich gerade nicht gebrauchen. So. Äh. Nehmen wir mal das. Tschüss. Tschüss. Nein. Natürlich nicht. Drei Minuten noch was. Bei einigen bin ich echt zu. Spät raus. Hallo. Sterb. Was soll das? Penner. Oh Mann. Oh Mann. Ja, das ist also eingefroren. Sterb. Okay. Der kommt ganz schnell wieder raus. Halt. Hm. Okay. Wollte eigentlich nicht wieder hochfahren. Naja. Ja, das funktioniert eh nicht. Dann können wir doch wieder hoch. Pong. Hi. Wow. Komm hier. Ja. Oh, ich hasse das. Hier ist irgendwo eine Elite. Ach so. Ja, warum auch nicht. Lass mal einfrieren. Wow. Ouch. Hey, weg hier. Oh. Ja. Ouch. Haha. Sterb. Geht doch. Okay. Spiral-Amulett. Oh. Diese Little-Viecher sind echt gemein. So richtig gemein. Oh, was hast du denn da? Schönes. Aber keine Heilung. Na gut. So schön, um wahr zu sein, sowas manchmal. Fahrstuhl. Ab nach unten. Äh. Ouch. Wow. Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Ui. Ich dachte, wir haben noch das Shit zum Blocken. Naja. Sterb. Sterb. Tschüss. Tschüss. Hi. Na fuck. Das dauert ein bisschen zu lange mit dem Aufladen. Okay. Aha. Was haben wir denn hier? Das Ding. Na super. Naja. Dann wollen wir mal ab nach oben wieder. Und wir sterben hier gleich beim nächsten Mal. Das ist wieder das, was wir schon haben. Das war das gleiche. War klar, dass das andere kaputt geht. Wer flucht die Schatztruhe gefunden? Hey, du da. Tritt mich. Ich bin sehr böse gewesen. Okay. Du hast die Götter erzönt. Nur ein klitzekleiner Treffer und du bist tot. Wer seid ihr? Geht zehn Gegner, um den Fluch aufzuheben. What? Soll ich verarschen? Ich mach mal erstmal hier. Äh. Weg damit. Das ist nämlich Kacke. Nur weil ich die Truhe getreten hab. Ihr seid doch doof. Äh. Schießübungen am lebenden Ziel. Aha. Ein Vorrat am Bögen und Pfeilen. Hm. Elektrische Peitsche. Äh. Bitte wackelst das Ding schnell. Warte mal. Was haben wir hier? Nur ein Fall hat das Ziel getroffen. Mitten in den Kopf. Super hast du es gemacht. Oh Mann. Wow. Warte mal. Nur ein Treffer und du bist tot. Oh. Ja. Nur ein Treffer und du bist tot. Super. Da hat das andere Ding nicht geholfen. Scheiß Affe. Na ja. Gut. War wohl. Echt lustig. Wir sind relativ weit gekommen. Okay. Das geht auch. Die Maus zieht die ganze Zeit im Bett. Warum sagt mir das denn keiner, hä? Ihr seid doch doof. Na gut. Aber dann würde ich sagen. Was ist das für heute wieder? Für die Folge. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bye. Dad. Dad. Ciao, ciao.